Hallo Iceband-Fans, ich hoffe ihr habt es schon mitbekommen, am 18.02. ist es wieder so weit zum Battle of the Sweets, erwartet euch ein unvergesslicher Eishockey-Nachmittag mit vielen Highlights. Also sichert euch eure Karten, seid dabei und wir feiern erst den Eisbären-Sieg und dann noch schön zusammen in der Suite. Hallo Iceband-Fans, als Kapitän gehe ich voran und versuche endlich den alten Fälle vom Battle of the Sweets drohen zu stoßen. Nutzt den Frühbuch-Rabatt bis zum 20.11. und seid Teil des Gewinnerteams. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.